Schönen guten Tag und Willkommen zu einem weiteren Let's Play Thema. Ich habe ja letztes Let's Play angefangen eine Erddormaschine zu bauen. Dann muss ich irgendwie gucken, dass ich einen Redstone Repeater gebaut kriege. Das klappt irgendwie nicht, also ich baue so viele, die ich bauen muss. Irgendwie klappt das nicht. Also man muss den so und dann muss man drei neue Redstone Fackeln hin und nehmen doch mal Redstone. Also normalerweise einen wie Peter kommen. Nicht diese Fakten, weil das geht nicht. Wie viel gewählt die hier denn? Ich habe ja keine Ahnung, woran es jetzt liegt. Aber ich werde es ja hoffentlich so hinkriegen, wie es hinkriegen möchte. auch wenn es nicht funktioniert wer hat man es funktioniert manche wenigstens hier zu machen bei ihm hier das ist klar zu mir ein jemanden ist in den noch nicht mit dem hier machen so im so die die schlafen her in der in der Inventar machen im in der Arbeit machen und kurz mal ob das hier funktioniert wenn ich hier aber jetzt so einen Fackel hinmache und und ein Verstärker und so ein Kreis wie Peter Dänisch nicht bauen kann das war das Fakt nicht einfach das war ich brauche genau richtig ich mache da und den Stein da in die Mitte Redstone mach ich da 2 das kommt raus nix ich brauche nur mehr oder hier von mehr ich brauche werden wir einfach was anderes gerade weiter bauen werden wir einfach mal in unserer Plantage hier anfangen in unserer Dingsbums Plantage Zuckerbrot Plantage können wir auch hier gut mal steigen 3 Stufen gebraucht mal steigen so kommt wieder an dann haben wir erstmal Treppenstufen mit 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 und bauen das hier mal schön einmal ausbessern da muss nichts in der West ein bisschen fest wie Peter von Kahn Das war's für heute. 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 Und...